Musik Riesen-Gag mit dem Lopper. Also ich spüre hier ganz krasse Schwingungen. Es ist eine Stimmung. Also ich spüre auch hier ist eine Art Medium für mich heute in der Schauburg in Dresden. Ingmar, sag jetzt nichts. Ich spüre hier ist eine Stimmung. Hier ist eine ganz besondere Stimmung. Du bist mein Medium. Komm mit, ich habe was vorbereitet. So, hier oben habe ich einen neutralen Raum geschaffen. Ja. Das ist ein völlig neutraler Raum, Ingmar. Ein ganz normales MDR-Studio. Nein, das ist so, wir sind in der Schauburg, das Kino ist. Das ist ein Kino eigentlich. Du. Keine Schleichung, ne? Ingmar Stademann und ich legen jetzt Wahrsager-Karten. Du musst natürlich ein bisschen, du musst immer eine ziehen, ne? Die sind alle, guck mal, das ist alles Mist. Du kommst ein bisschen vor, wie Jörg Drega auf Ecstasy. Sag jetzt nichts, Ingmar, sag jetzt nichts. Das ist hier eine ganz besondere Stimmung. Jetzt zieh dir mal eine Karte. Also hier haben wir jetzt Kummer und Widerwärtigkeiten schon mal gezogen. Ist schön für den heutigen Abend, glaube ich, auch zusammenfassbar, was du da so machen willst, ne? Im Prinzip, ja, das ist so ein bisschen der Untertitel des Auftritts. Aber bei Kummer und Widerwärtigkeiten, da fällt mir natürlich meine letzte Zeitungskritik ein. Sag mal. Das war das Minder-Tageblatt. Im Minder-Tageblatt stand unter der Überschrift Kritik, Doppelpunkt, Ingmar Stadelmann ist ganz und gar nicht lustig. Also stell dir mal vor, Menschen, also jetzt mal ohne Quatsch, Menschen richten wirklich ihr Leben nach sowas aus. Wie gruselig ist das denn? Ja, ich würde auch mal eine ziehen. Oder wir ziehen zwei und wir setzen die dann irgendwie zusammen. Ja, das ist wirklich ein altes Ostgefängnis, glaube ich, ne? Für welches Vergehen würdest du ins Gefängnis gehen? Also was würde sozusagen, der Preis ist richtig für das, was du dann machen würdest? Ah, das müsste schon, das müsste, also ich müsste sehr überzeugt davon sein. Ja. Aber im Prinzip müsste ich, also ich würde schon sehr weit gehen auf viele Sachen, glaube ich. Aber ich, Gefängnis ist natürlich ein anderes Level. Ein deutsches Gefängnis oder ein richtiges? Ne, so ein schönes deutsches Gefängnis in der Innenstadt von Lüneburg zum Beispiel. Ja, genau. Ne, da wäre es okay. Also da hätte ich gar kein Problem mit. Ich würde, da würde ich wirklich, da kann man, also da wäre ich hemmungslos. Wenn man dafür dann sechs Monate in Lüneburg in Knast muss, das wäre in Ordnung. Aber so von der Bühne her, ich würde halt einfach, weiß nicht, satirische Volksverhetzung machen. So. Und dann mal gucken, was passiert. Und wenn das einer falsch versteht, dann versteht er es ja richtig. Ja. Und dann komme ich in Knast. Mal sehen, ob wir noch irgendwas Positives finden. Oh, die ist ja wunderschön, die Karte. Guter Ausgang in der Liebe, Ingmar. Liebe kann nicht gut ausgehen. Dann wäre es keine Liebe. Würdest du deshalb lieber mit einer Frau zusammen sein, die du nicht liebst? Oh, jetzt. Jetzt wird es lieb. Das ist dieses Lied hier, Wolke 4, ne? Wie heißt der Typ, der dieses Lied singt, Wolke 4 statt Wolke 7. Der will immer auf der Wolke 4 sein mit einer Braut statt auf Wolke 7, weil er sich auf Wolke 7 nicht mehr trauert, der Spacko. Der hat Schiss, weil er einmal von Wolke 7 runtergefallen ist, will er nur noch bis Wolke 4, also nicht mehr so dolle verliebt sein. Aber das ist auch Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Immer, man muss Wolke 7, ist das Ziel. Reicher, guter Herr. Reicher, guter Herr. Klingt wie so ein Pseudo im Pädo-Chat, ne? Ja, finde ich auch, oh Gott. Reicher, guter Herr hier, heilo. Kai 13, zieh dich mal bitte aus. Aber es macht schon alles irgendwie Sinn, also es ist schon toll. Wie findest du mein Outfit heute eigentlich? Ich finde dein Outfit fantastisch. Ist das Umstandsmode? Wirst du demnächst gebären? Ja, ich bin schwanger in meinen Hoden. Das letzte Mal, als ich Wahrsagerkarten gelegt habe, habe ich noch beim Radio gearbeitet und da hat der Wahrsager mir gesagt, du wirst das noch sehr, sehr lange machen und drei Monate später war ich gefeuert.